0 Fehlerlauf, 38.04. Leute, ihr seid richtig gut drauf. Das geht ab hier. 38.04, die erste, zweite oder zweite Bestzeit. So, und herzlich willkommen Katrin Deletsky in der A3. Startet mit der Nummer 134 und ihrer Beauty für das rechte Alsterhufer. Gestern aufgestiegen und hier flott im Banku unterwegs. Die Zeit ist da. Die Zeit ist da. Untertitelung des ZDF, 2020